Ich stehe am Abend gerne am Balkon und schaue in den Himmel und denke mir dann oft, wir sind ja wirklich nur ein Tropfen Zeit. Da oben sind Millionen von Galaxien mit jeweils Milliarden von Planeten und wir können diesen unseren nicht verlassen. Wir haben nur diesen einen Planeten und wir sind hier zur Gemeinsamkeit verpflichtet. Das ist unsere Pflicht, das ist unsere Chance. Und da kommt mir dann immer die Rocky Horror Picture Show in den Sinn. Weiß nicht, kennen Sie die Rocky Horror Picture Show? Da gibt es den Erzähler, das ist ein Musical der Generation meiner Eltern eigentlich, nicht meiner Generation. Da gibt es den Criminologist, das ist der Erzähler und der analysiert ein crawling on the planet's face. Some insects called the human race, lost in time and lost in space and in meaning. Und ich denke, wenn ich mich dann hochbehebe auf einen dieser Planeten und auf die Erde runterschaue, dann ist das tatsächlich so, dass diese Analyse wahrscheinlich stimmt von außen betrachtet. Wir bewegen uns hier als menschliche Rasse auf dem Planeten, lost in time, lost in space, lost in meaning.